herzlich willkommen zurück zu let's play dort vier heute an diesem mittwoch geht es weiter heute mit dem nächsten renn aus spanien oder die nächsten ja event aus spanien dann geht es los zum tarragona wir wollen halt auch da gerne gewinnen den ersten haben wir schon mal gewonnen den ersten abschnitt nämlich aus und da waren die leider nicht alle vorgaben erreicht jetzt hoffen dass wir das schaffen neun kilometer stehen uns jetzt ins haus ja guck mal aber da eine neue vorgabe bekommen oder aber tatsächlich die alten bekommen weil dann haben wir ja geschützt man sie geschafft aber ich kann wir kriegen komplett neue wenn überhaupt tarragona spanien was haben wir als die kunden haben wir weniger strafzeit okay das ja gut ich gebe jetzt keine prognose da wird neun so ich habe eine wertung gewinnen 14 mal die stürze zu stellen und schließt das werden mit fünf weniger fahrzeug bergung hat gut das sollte mal ja alles realistisch wir betonen der fahrzeug in dem zwischen den zweiten also raten als zweites ersatzrad mit und dann gehen wir los mit einer guten fahrt schaffen wir es vielleicht in einer höheren klasse ja sag mal mal gucken so die erste minute der zwischen knapp sieben minuten hat der kontrahent gebrauch 4 3 2 1 los links 5 rechts 5 rechts 3 links 1 durch senken links 5 links 3 links 6 links 4 macht zu und abtruck links 4 sofort rechts 3 da hat es gerade mal einen kurzen Schlag gegeben, dann war ich auch ein bisschen zu in Gefahr die Kurve. Rechts 6, überwenden 80, links 5, überwenden 60, rechts 5, in links 4, 1, jetzt hat man das richtig zur Zeit gekostet gerade. Links 6, 60, rechts 6, in offene Gehen rechts, 85. Oh, der Fockert hat eine Zerstörung gerade. Rechts 5, links 5, rechts 5, rechts 5, rechts 4, in offene Gehen links, in rechts 1, in links 6, links 6, überwenden, rechts 4, 80. Rechts 5, links 5, rechts 5, rechts 5, in links 3, in wenden, rechts 4, in links 6, rechts 4, rechts steigen, in links 2, durchsägen, in links 1, 80. Was habe ich denn heute? Was habe ich denn heute mit der Pampa hier? Bekomme ich denn da hoch? Na, das war's. Na, das war's. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Oh Mann! Na, das war's. 30 Sekunden, ja, leck mich doch. Damit haben wir... Alter, was will der denn? Oh Mann! Ja, das war's. Das haben wir verloren. Da müssen wir richtig aufholen in dem nächsten Latte. Wir haben hier jetzt schon die ganze Zeit Strafen weg. Also das Ding am Auge verkackt. Schaf links. In rechts 3. In rechts 4. Da müssen wir richtig zaubern, dass wir das doch mal wieder auf die Reihe kriegen. Links 6, 40. Rechts 3, durchsägen, rechts steigen, links 6, überwenden. Rechts 1, durchsägen, in links 4. Rechts 4, nicht schneiden. In offene Kehre links. In rechts 1, lang. In links 6. Rechts 3, in links 1, durchsägen. Deswegen werden wir nur noch versuchen rauf zu holen. Damit wir zaubern und in links nachschütteln. In rechts 5. In links 3. In rechts 5. Rechts 6. Links 6. In Kehre rechts. In links 3, 60. In rechts 1, kuppern. In links 2. In links 1. Rechts 3. In rechts 5, runter. In links 4, rum. In links 4, rum. In links 4, rum. EeIt. Nehmen wir noch ruf auf 32 Sekunden. Also das müssen wir echt sagen, das müssen wir mega zaubern in den nächsten Drehprüfungen. Ich habe mich schon wieder gut aufgeholt hier gerade. Okay, behaupte ich niemals wieder, wenn wir das liegen lassen. Wo fahre ich denn denn mal hoch? Da waren wir noch 7 Sekunden, also wir sind momentan nur 4. Aber es klingt schon mal besser, als irgendwo am Ende rumzelnken, wir waren zwischen mir auf 39. Also, ja, wie gesagt, durchaus machbar noch. Es wird schwierig, aber es ist machbar. Die Zeit und die Platzierung wurden aufgezeichnet. So, ach Gott, 11 Kilometer hat die mich vereint. Aber gut, danach, diese nächsten sind kürzer. Aber wie gesagt, wir haben eine 30 Sekunden-Hypothek-Zeitstrafe noch auf der Uhr. Die hat uns tatsächlich fast komplett das Ding hier auseinandergenommen. Aber wir haben es vielleicht nochmal kurz runtergefahren. Also, es ist noch alles drin. Warum nicht fahr Taxi mal? Warum nicht mal? Taxi mal, ja. Ja, die 30 Sekunden, das schaffen wir ja nicht. Also, die 1500 sind schon mal weg. Definitiv. So. Wie gesagt, die 5 Verhaltungswerke und Aktivierung 0, das haben wir ja geschafft bisher. Sechsmal haben wir eine Zwischenseite, es fehlen uns noch 8. Wir müssen eine Wertungsbefassung auf jeden Fall gewinnen. Und momentan sind wir eigentlich bis auf die Zeiten im Soll. Das Auto sieht etwas mitgenommen aus. Aber mechanisch ist alles in Ordnung. Das ist das Wichtigste. Boah, Alter. 5, 4, 3, 2. 1, los. Rechts, 3. Links, 6. In rechts, 4. Durchsäcke. 150. Links, 4. Rechts, 6. Überbruch. Links, 4. Überbruch. 80. Rechts, 1. Das dürfen wir in jedem Auto, äh, jeder Prüfung dürfen wir eine Bergung haben. In links, 4. Rechts, 1. In links, 3. Lang, mach auf, mach zu. In rechts, 3. Links, 6. 5, rechts, 4. Rechts, 2. Auf der Kehre, links, lang, 60. Rechts, 6. Runde. Rechts, 4. In links, 5. In unten, kehre, links. In rechts, 1. Lang, 5. Ja, ach, mal schön beim Arsch, der Bergbruch da. Links, 5. In links, 3. Das nehme ich zu mir Gas geben, aber ich würde auf jeden Fall rüben wollen. In rechts, 2. In links, 1. In links, 1. In links, 1. Links, 5. Rechts, 5. Links, 5. Links, 3. Überbruch. In rechts, 4. Durchsäcke. In links, 3. Lang, mach auf. In rechts, 6. Rechts, 5. Rechts, 5. In links, 3. In rechts, 4. In links, 6. Links, 6. Überbruch. Rechts, 4. 80. Links, 5. Rechts, 5. Links, 5. Links, 3. Überbruch. In rechts, 4. Durchsäcke. In links, 3. Lang, mach auf. In rechts, 6. Rechts, 4. In links, 2. Durchsäcke. In links, 1. 80. Rechts, 4. Überbruch. Links, 4. Durchsäcke. In rechts, 1. Überbruch. Links, 3. 60. Links, 6. Überbruch. Rechts, 4. Rechts, 2. Offene, kehre, links. Lang, 60. Rechts, 6. 130. Rechts, 4. Lang. In offene, kehre, links. In links, 4. Überbruch. In kehre, rechts. In links, 3. Überbruch. Und Achtung, links, 4. Sofort rechts, 3. Überbruch. Enttäuscht. Rechts, 3. Links, 6. In rechts, 4. Durchsäcke. 80. Rechts, 3. Links, 6. In rechts, 4. Durchsäcke. 150. Links, 4. Rechts, 6. Überbruch. Links, 6. 60. Rechts, 5. Überbruch. 80. Links, 6. Überbruch. Jetzt hast du nicht die Leitplacke gehabt. Rechts, 6. In links, 1. Lang. Offene, kehre, rechts. In links, 4. So, das ist schon wieder in Platten. Wer mein Plan? In rechts, links, 6. Ja, diesmal fahre ich aber gut durch. Rechts, 20. Überbruch. 80. Links, 6. Überbruch. Links, 6. In rechts, 4. Lang. Macht zu. Und Achtung. Links, 7. Links, 3. Überbruch. Enttäuscht. Links, 4. Dann hängen wir nämlich nur auf der Felge. Rechts, 6. Überbruch. Ich will jetzt gerade nicht nochmal 30 Sekunden haben. In rechts, 4. Dann macht zu. Und Achtung. Links, 4. So, von rechts, 3. Überbruch. Enttäuscht. Und Achtung. Rechts, 4. Geh links, 1. Durchsäcke. Rechts, 6. Überbruch. Links, 3. Durchsäcke. 40. Kuppe rechts, 6. 60. In rechts, 6. So, danach können wir jedes Auto reparieren. In links, 2. In links, 1. Rechts, 3. In rechts, 5. 80. In rechts, 1. Kuppe. 2 Abschied haben wir noch. In links, 2. Ich will das Ding nicht hier gewinnen. In links, 1. Rechts, 3. Ach ja, der reißt sich irgendwann auf. Da ist es nur noch die Felge. Das war so klugend. Das ist die Felge. Hier ist es nur rechts nämlich. Ich hoffe, das Auto ist ein bisschen stabiler. Links, 4. Überbruch. 80. Rechts, 1. In rechts, 2. In links, 4. Links, 6. In rechts, 4. Dann macht zu. Und Achtung, links, 4. Sofort, rechts, 3. Überbruchung, 12. In rechts, 3. Kehre, links. In rechts, 6. Eieiei. Links, 6. Links, 6. Daher im Abschied, dass ich es jetzt für die Kombination 2.0. Das habe ich mir gestern oder vorgestern geholt. Das ist der Nachfolgeteil. Also bleiben wir dann im Rallysport. Rechts, 6. Geht auf der Kehre. Rechts. In links, 2. 60. Rechts, 1. In links, 3. Lang, macht auf, macht zu. In rechts, 3. Mega viel Vorsprung gerade. In rechts, 1. Überbruchung. Links, 3. Runde. Was auch gut ist. Links, 5. Rechts, 5. Links, 5. Links, 6. Rechts, 4. In offene Kehre, links. In rechts, 1. Nein. Links, 6. So, dann sind wir jetzt gleich durch. Links, 6. 5. Da wollte ja gerade ein bisschen schlimmer sein. Alles klar, langsam. Mit dem Marschall. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Ah ja, das sieht doch gut aus. Wie schade das erste Mal. Oh Gott, oh Gott, das Auto. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Dann haben wir sie vorgerollt. Gott sei Dank. So, die nächsten Teile sind auf jeden Fall etwas kürzer. Jetzt geht es nämlich etwa mit 7 Kilometern weiter. Oh, Alter. Ich fahre mir irgendeinen Scheiß zusammen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nicht so... Oh, wir fahren von ganz um 210 Meter Höhe. Starten wir. Und dann geht es runter auf 0. Oder fast 0. 7,21 Kilometer. So haben wir jetzt auch vor uns morgens um 5. Ist doch geil für eine Uhrzeit. Ist doch eine geile Uhrzeit, um... Eine Wertungsprüfung zu fahren. So ist es richtig. Gut, was haben wir dann als nächstes? Die 30 Sekunden. Wir sind dann erst. Wir haben eine Wertungsprüfung. Wir haben 14 Mal die Zwischenseite. Die haben wir. Und die weniger als 5 Wertungsbergung. Äh, oder 5 Wertungsbergung 1. Wo haben wir denn die Bergung hergekriegt? Wegen dem Flü... Wegen dem... Hä? Ich finde eine Wertung. Wo habe ich die Bergung herbekommen? Aber gut. Egal. Ich weiß drauf. Die Terte machen, die so weitem soll. Eine noch. Einfach verkacken. So, fast nicht tun. Ich muss wieder 9 Satz mitnehmen. Okay, das passt perfekt. Dann schauen wir mal die Wertungsprüfung. Okay, wir können direkt losfahren. Ja, das ist eine wunderbare Nummer 3. 5, 4, 3, 2, 1, los. Ah, fühlt sich das Auto wieder geil an, wenn alle wie reif wieder funktionieren. Und wir haben ja nicht mal Helligkeit. Das heißt, ich sehe endlich mal wieder was. Soll ich hell mit der Kirche wahrscheinlich nicht gerade? Nee, das ist hier. Schön, ich will den Schaffer Tarragona jagen. Links 4, links 6, 40, rechts 3, durchsenke. Links 6, Übergruppe, rechts 1, durchsenke. In links 4, in rechts 3, kehre links, in rechts 6, links 6, rechts 6, links 6, in kehre rechts, in links 3, 80. Ups. Oh, stimmt, ich hab' dieao'n geholt, dass ich einen reifeschalte, wie ich geholt hab' oder? In links 4, 60. Rechts 2. Offener, kehre links, lang, 60. Rechts 6, 130. Rechts 6, in links 1, lang. Offene Kehre rechts, in links 4, 80, in rechts 1, Kuppe, in links 2, in links 1, rechts 3, in rechts 5, 100, rechts 4, 9, in offene Kehre links, in links 4, über Kuppe, in Kehre rechts, in links 3, über Kuppe, in rechts 6, 60, rechts 4, 9, in offene Kehre links, in links 4, über Kuppe, in Kehre rechts, in links 3, über Kuppe, in rechts 6, links 4, über Kuppe, 80, rechts 1, in rechts 2, in links 4, 150, links 4, rechts 6, über Kuppe, links 6, 60, rechts 5, über Kuppe, und wir leben momentan in der Zwischenzeit hinten, war nicht ständig über den Sektor, rechts 3, links 6, in rechts 4, durch Senke, 80, in rechts 3, Kehre links, in rechts 6, links 6, links 6, links 6, 60, rechts 5, über Wett, 80, links 6, über Wett, 130, links 4, rechts 4, rechts 6, über Kuppe, der Kuppe sieht es gerade, 50, ja, macht auf, macht zu, macht auf, macht zu, ok, in rechts 3, rechts 2, rechts 6, rechts 6, 100, rechts 6, 100, rechts 3, über Kuppe, in Kehre links, in rechts 4, über Kuppe, in rechts 4, über Kuppe, in offene Kehre rechts, in links 4, in rechts 4, über Kuppe, in rechts 4, über Kuppe, in links 2, in links 3, in rechts 5, über Kuppe, Das Ziel ist immer das Schönste zum Abschluss. Naja, zumindest haben wir den Abschnitt geschafft. Dankeschön. So, Abschnitt Nummer 4, so ein 5,28 Kilometer lang. Also die werden jetzt nochmal zwei Kilometer kürzer. Also wenn wir nochmal deutlich schneller unterwegs sind. So. So. Gut. so so es scheint nichts passiert zu sein sollte eine gute wertungsprüfung werden der nächste abschnitt alvarez mit 4 minuten 5 4 9 8 geht uns vor 5 4 3 2 1 rechts 5 links 5 rechts 4 in offener Kehre links in links 4 überpuppe in Kehre rechts in links 3 überpuppe in rechts 6 links 3 60 überpuppe 90 grad links in rechts 6 rechts 5 lang überpuppe 80 überpuppe rechts jetzt ist das natürlich nicht ideal in rechts 1 20 überpuppe rechts 2 in links 2 in der Gap rechts 3 in links 1 durchsenke in rechts 5 in links 3 in rechts 5 rechts 6 links 6 in Kehre rechts in links 3 rechts 4 rechts schneiden in links 2 durchsenke links 4 in links 4 rechts 4 überpuppe links 6 in links 6 rechts 6 in aufmerkehren rechts in links 2 nicht schneiden 60 rechts 4 in links 1 durchsenke rechts 6 überpuppe links 3 durchsenke Ohne verknappen, deshalb hätte er nicht weiter nach links sein dürfen. Links 2, 60, rechts 5, in links 5, lang 80, Scharm links, in rechts 3, in rechts 4, in links 5, links 6, 40, rechts 3, durch Senke, nicht steigen, links 6, Überwunschung, rechts 1, durch Senke, in links 4. Rechts 2, nicht schneiden, offene Kehre, links, lang, 60, rechts 6, 80, links 5, in rechts 3, in links 5, in rechts 1, durch Senke, in links 3, 60, links 5, lang, in rechts 1, In rechts, in links, in rechts, in rechts, in rechts, in rechts, in rechts, in rechts, links 5, rechts, 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 Ich habe mal kurz mitgenommen, ein bisschen. Ist da gerade irgendwas umgefahren? Kann das sein? Keine Ahnung. Tolles Ergebnis. Das war unschlagbar. Dankeschön. Das war der vornette Abstand für heute. Wir gehen jetzt gleich in den letzten. So. Der nächste. Beziehungsweise letzter Abschnitt für heute. Dann haben wir es auch da geschafft. Mit 6,3 Kilometern, die uns jetzt doch mal anstehen. Mit, ja, heftigem Regen. Aber das funktioniert. Also es ist zumindest so lange es hell ist, geht es eigentlich tatsächlich. Aber nächste Woche morgen geht es wieder nach Schweden in den Schnee. Und ihr wisst ja, wie wohl ich mich da fühle. Naja, gucken wir mal. Muss ja nix heißen. So, jetzt haben wir auch alles. Die 30 Sekunden, die tun halt immer noch weh. 25 Mal haben wir es bisher geschafft. So, wir sind Erster. Wir starten auch direkt als Erstes. Und dann können wir direkt rein. Mit einer fehlerfreien Wertungsprüfung verdienen wir uns einen besseren Ruf. Ja, mein Rufgabberkettner liegt da einer. So. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. In links 2, 60 Eieieiei In links 3, kehre, links In rechts 6, links 6, links 6, links 6, in rechts 4, dann mach zu, und Achtung, links 4, sofort rechts 3, über 5, enttäuscht Rechts 6, über 6, 80, links 5, über 6, 80 So, das ist ein bisschen Gas geben zum Luftmachen jetzt hier gerade In links 6, 150, links 4, rechts 6, über 5, rechts 6, links 6, in kehre, rechts, in links 3, 60 Rechts 6, über 5, 80, links 5, über 5, 60 Ja, die kann aber nur von 2,9,2 Sekunden Oh. Was ist... War für Laune dann im Regen hier? Wollen wir das hättere ich auf dem Mal ist. Wir haben Zuschauer, hier werden hier nass ohne Hände. Durchsäge. In rechts halten, rüberkommen. Links 3, 60. Rechts 5. In links 3. In rechts 4. In links 6. Rechts 1. In links 3. Lang, macht auf, macht zu. In rechts 3. Links 4. In rechts 2. Macht auf, lang. In links 4. In links 4. Nach der ersten Ladungsprobe, die tut weh. In links 6. In links 1. Lang. Offene Kehre rechts. In links 4. Sechzig. Rechts 6. Überwenden 80. Links 5. Überwenden 60. Rechts 6. Sechzig. So, letztes Teil. Ach, wart langsam. Wir sind direkt durchjagen. Noch irgendwie die Bremse geglütert wurde links. Nein, es war direkt links wahrscheinlich genauso. Aber wir haben sich schon. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gute mal. So, den haben wir auch soweit. Und das war's, oder? War sie schon? War die schon gestrickt? Bin ich wundern. Der Wanderer, Level 25. Nee, 24 sind wir. Gut, dann war's doch schon. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und wiedersehen. Mal let's play Dirt 4.